Lies die Bibel, wenn, wenn du einsam bist. Wende dich mir zu und hab Erbarmen mit mir, denn ich bin allein und in großer Not. Er wird die Gebete der Hilflosen erhören und sich ihren Bitten nicht verschließen. Der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, er wird sein Eigentum nicht verlassen. Gott gibt dem Einsamen ein Zuhause, er befreit die Gefangenen und schenkt ihnen Freude. Wer sich aber gegen ihn auflehnt, für den hält er Hunger und Not bereit. Verwirf mich jetzt nicht, da ich alt bin. Verlass mich nicht, wenn meine Kraft nun schwindet. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.